Hier gibt es ein neues Hotel, Staneck neben dem Rio Hotel, das entsteht gerade ganz neu, wird jetzt bald aufmachen, sieht ziemlich fertig bezugsmäßig aus und hier nebendran ist das Rio Hotel. Aber ringsherum Baustelle, 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 die nächsten zwei, drei Jahre darf man hier noch keinen Urlaub machen, hier in der 36. bis 31. Straße.